Hey Schosch Leute und willkommen zu einem kleinen Video, was ich mir gedacht habe, ist mal wieder ein bisschen fällig. Ist jetzt ein bisschen her, dass... Na gut, der letzte Upload auf diesem Kanal ist jetzt nicht so lange her. Aber ich habe mir gedacht, es ist mal wieder ein kleines Update fällig, um euch mal wieder ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Was hier los ist, wieso, weshalb, warum. Das Wichtigste, was ich eigentlich in diesem Video ansprechen müsste, ist... Ich habe einen neuen Kanal aufgemacht, nämlich das ist das Schosch Archiv. Und dort könnt ihr dann ab sofort sämtliche Streams nachgucken. Und da habe ich mir gedacht, machst du lieber ein Video drüber, bevor du da einen ellenlangen Twitter-Thread machst, wo am Ende eh keiner liest und dann sich immer wieder gefragt wird, Alter, warum denn ein neuer Kanal, man? So, ich habe mir gedacht, ich mache mal ein kleines Video, um also die groben Fragen einmal aus dem Weg zu räumen. Zum einen, warum neuer Kanal? Warum nicht dieser oder mein alter Kanal? Ich habe ja halt noch den Kanal Shadowshow 13.05 und ich habe diesen Kanal hier. Äh, das hat zwei Gründe. Zum einen, dieser Kanal hier ist mein Main-Kanal. Da möchte ich legitim nur, beziehungsweise aktuell nur noch Videos hochladen, auf die ich tatsächlich stolz bin. Beziehungsweise wo ein bisschen Arbeit drinnen steckt und ich halt, wie gesagt, stolz drauf sein kann, dass ich sie gemacht habe und dementsprechend auch ihren Wert haben für mich. So zum Beispiel das fallende Menschen-Video. Ähm, die Essence-Of-Videos in LOL. Das sind alles Videos, wo ich ein bisschen mehr Arbeit reinstecke, was den Content angeht. Und, ja, da ist es mir halt wichtig, dass, ähm, da ein bisschen Qualität hinter steckt. So gewisse Standards. Und da wollte ich halt nicht, äh, dass der halt in der Welle von Worts schlicht und ergreifend, äh, untergeht. Und warum ich meinen alten Kanal nicht genommen habe, ist auch eine ganz einfache Sache. Nämlich, ähm, viele haben immer gesagt, äh, sie gucken auch sehr gerne meine alten Videos auf meinem alten Kanal. Nur, ich persönlich möchte mit meinem alten Kanal nicht mehr wirklich was sowieso böses Ding zu tun haben. Einfach, weil ich weiß, wie sehr ich und mein Content sich verändert haben über die Jahre. Aber ich möchte genauso, wie ich den Leuten das wegnehmen, was quasi deren Jugend geprägt hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und, äh, ich würde das nicht fair finden, wenn jetzt quasi mein neuer Content, den ich jetzt produziere, quasi diesen alten Kanal übernehmen würde. Deswegen möchte ich den alten Kanal eigentlich so lassen, wie er ist. Quasi eine, eine lebende Zeitkapsel, wenn man so möchte. So, dass die Leute, die meine alten Videos noch gerne gucken, das immer noch tun können. Aber diejenigen, die meinen neuen Content mögen und feiern, genauso was zu schauen haben. Weil ich weiß genau, auf Twitch so, äh, Worts nachzuschauen ist so eine Sache. Ist nicht so angenehm. YouTube ist da ein bisschen, ja, angenehmer bei, sagen wir es mal so. Ähm, einmal das zumindest. Das ist halt immer so, das, das Große, das Gröbste an der Sache, warum ich einen neuen Kanal gemacht habe. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Punkten, äh, wie das da jetzt so ablaufen wird. Das Shosh-Archiv lädt quasi, ähm, die Worts, also die, die Streams, die ich quasi als Highlight erstelle, lädt der quasi als, ähm, als Upload direkt auf YouTube. Da muss ich relativ wenig machen, außer vielleicht ein Thumbnail und ne, die Beschreibung kopieren. Nein, ergo ist eine ganz einfache Sache und es ist nicht mehr wie, ähm, wie ich es vorher machen musste, wenn ich Worts hochladen wollte. Ich musste den Stream nebenbei aufnehmen, weil die Qualität sonst nicht gestimmt hat. Das ist ein anderer Punkt, dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, by the way, auch sorry für die Geräusche gerade hier im Hintergrund. Es ist heute fucking warm wieder und, ne, Fans dazu machen, das ist so eine Sache. Ähm, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, stimmt ja, die, ähm, die, die Qualität der Worts. Äh, ich musste es aufnehmen und dann musste ich diese Sachen manuell immer hochladen und das war halt dann immer sehr zeitaufwendig, sehr, ja, nervig auch, das Ganze immer so zu machen. Deswegen habe ich es immer nie wirklich gemacht. Und dennoch haben sich Leute immer gefragt, äh, ob man die Streams irgendwo nachschauen kann. Und viele machen das dann halt immer auf Twitch. Äh, aber auf Twitchs Worts nachzuschauen, ist halt immer so eine Sache. Das ist halt nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, komm, machst du einen Kanal. Jetzt ist ja deine Wortqualität auch tatsächlich gut, weil ich habe dank dem guten Mathbyte, Shoutouts gehen raus, ähm, habe ich hier jetzt mein ganzes Setup ein bisschen erneuern können. Beziehungsweise habe ich jetzt mal ein bisschen was dazugelernt. Der Schoschmann war nämlich die ganze Zeit einfach nur ultradumm. Und habe auf einer völlig falschen Bitrate gestreamt, weil ich gedacht habe, ihr könntet das denn nicht anders empfangen. For Fact, ähm, ich habe sonst immer auf, äh, 2000 KBS gestreamt, weil ich gedacht habe, äh, da ich kein Partner bin, dass ihr die Qualität nicht bestimmen könnt, wie ihr den Stream empfangt. Deswegen habe ich gedacht, streamst du lieber auf einer etwas niedrigen Bitrate, sodass wenigstens alle den Stream problemlos und lagfrei empfangen können, als dass, äh, du eine höhere Bitrate hast und Leute dann die ganze Zeit nur Lags haben. Allerdings hat mir Mathbyte jetzt gezeigt, äh, das ist gar nicht so. Man kann mittlerweile auch als Nicht-Twitch-Partner bestimmen, dass, äh, also sagen, dass ihr die Qualität einstellen könnt, wie ihr den Stream empfangen wollt. Und ergo, der Schoschmann streamt jetzt auf dreimal der hohen Bitrate, ich stream jetzt auf, äh, 6000 KBS. Und auf 60 FPS, wenn es kein Capture-Card-Spiel ist. Weil meine Capture-Card ist immer noch ein bisschen veraltet und die schafft nur 30 FPS, deswegen. Ähm, genau deswegen, die Qualität ist jetzt halt so, dass ich halt die Wards schlicht und ergreifend übernehmen kann. Das macht es für mich umso einfacher. Und ich muss halt leider gucken, ich hab einen Job nebenbei, ich muss das alles ein bisschen managen, dass ich halt auch mal dann und wann mal Zeit für mich selber hab. Und da ist das jetzt so die perfekte Lösung. Weil jetzt ist die Qualität so, dass ich, äh, eine gute Qualität als Wort hochladen kann, ohne dass da Qualitätsverluste dabei sind. Und somit habt ihr die optimale Stream-Watch-Qualität, ohne dass da irgendwie was ist. Das ist das. Dann jetzt nochmal, ähm, wie die Uploads auf dem Schosch-Archiv vonstatten gehen werden. Nämlich möchte ich ab sofort jeden Stream quasi ein oder zwei Tage, äh, nach dem jeweiligen Stream hochladen. Das gilt aktuell nicht für Judgment und Doom Eternal. Gründe dafür, ich würd's ein bisschen doof finden, wenn die ersten Streams davon schlicht und ergreifend noch in Low-Quality sind. Und dann ab einem bestimmten Punkt erst die Qualität akzeptabel ist. Ist ein bisschen schade um die Projekte, gerade um Doom Eternal und Judgment. Also da, bin ich ein bisschen schade, aber sei es drum. Auf Twitch kann man die halt immer noch gucken und da werd ich sie halt immer noch ganz normal abspeichern. Aber die werden halt nicht auf diesen Kanal hochgeladen. Dementsprechend werden aber ab jetzt alle älteren Streams, also die aktuellsten Streams werden auch hochgeladen. Deswegen muss ich sagen, die, äh, der Uploads-Schedule, äh, Schedule auf dem Schosch-Archiv ist aktuell noch ein bisschen langsam. Wird denn aber jetzt über die nächsten Wochen stetig ein bisschen schneller. Weil Doom Eternal findet jetzt morgen sein Finale. By the way, schau rein, äh, Switch.tv slash Mr. Schoschmann. Nee, nee. Und, ja, Judgment wird halt noch ein bisschen gehen, weil das Spiel ist halt ein bisschen lanky. Ergo, da wird halt ein Slot immer noch sein, wo nicht hochgeladen wird, basically. Aber, ich hab mir auch gesagt, ich möchte die, ähm, die LOL-Streams tatsächlich hochladen. Weil, maybe people enjoy this. Vielleicht finden Leute Spaß daran, wie ein Noob-Wilchen-Lol dann und wann einfach mal im Aram rumkackt und merkt, wie cool man hier Champions sind und wie scheiße manch andere Champions sind. Und, ähm, ja, ich möchte eigentlich so gut wie alles an Streams hochladen, was ab jetzt kommt. Also, jetzt, ne, keine alten Streams erwarten, wie zum Beispiel die Yakuza Zero-Streams oder generell die gesamte Yakuza-Series. Weil, ich wollte meinen Kanal, ich wollte den neuen Kanal auch nicht direkt zuspammen mit Content. Das wäre aber nicht fair gewesen. Deswegen hab ich mir gesagt, wir fangen ganz normal an. Ich hab jetzt zwei Streams hochgeladen. Das eine ist Kirby Air Ride, by the way. Das, was ihr hier gerade auch im Hintergrund seht. Und, ähm, das ist ein Spiel aus meiner Kindheit gewesen. Ich liebe dieses Spiel. So much fun. Und das andere war ein Mario Kart Double Dash Stream, wo ich mir gedacht hab, das sind gute zwei Streams, um das Ganze quasi anzuleiten. Und in dem Sinne, das ist eigentlich das, was ich halt so größtenteils raushauen wollte. Weil, ich möchte meinen aktuellen Kanal wirklich nicht mit sowas zumüllen. So böse zumüllen auch des Wortes. Aber, ich weiß halt, der Content, wo tatsächlich Arbeit drin steckt, würde schlicht und ergreifend in dieser Messe von Worts einfach untergehen. Und das find ich nicht schön. Ich möchte halt, dass Videos halt wie das Fall Guys Video gewisse Qualitätsstandards haben. Aber das dauert halt immer und braucht halt seine Zeit. Und ist halt, wie gesagt, der Grund, warum ich nie Worts so hochgeladen hab. Ich hab lieber die Zeit dafür genutzt, Videos zu bearbeiten und da Videos zu produzieren, als, äh, ne? Aber jetzt, wo das halt so simpel für mich ist, ich muss schlicht und ergreifend ein Highlight machen auf Twitch. Und das exportiere ich und mach ein Thumbnail und mach ein Titel rein und das war's. Und dann ist das Video oben. Von daher macht es das für mich um so vieles simpler. Und wie gesagt, auf dem neuen Kanal findet ihr jetzt halt immer die ganzen Streams komplett ungeschnitten. Sofern es geht natürlich. Also, ne, Ausnahmen werden immer noch passieren, dann und wann mal, wenn Streams nicht hochgeladen werden können. Aus Copyright-Gründen oder, ne, der übliche Mambo-Jumbo. Aber ja, ich mach das ungern. Aber wär cool, wenn ihr diesen Kanal denn abonnieren könntet, wenn ihr denn Interesse habt, die Streams, die aktuell kommen, nachzuschauen. Oder wenn ihr halt noch so dieser Fan von den altertümlichen LPs seid. Weil das ist so der Kerngedanke dahinter gewesen. Es kommen häufig Leute zu mir im Chat und sagen, sie finden es schade, dass ich nicht mehr dieses altertümliche, in Anführungszeichen, altertümliche Let's Play mache. Und, ähm, da muss ich sagen, Streams sind im Grunde das. Wir machen das nur live. Und wenn ich das jetzt auf YouTube hochlade, ist das vielleicht für viele nochmal so dieser, ja, genau das, was sie denn brauchen. Oder, vielleicht bin ich dann für manche auch das, äh, das White Noise, was einfach nur beim Einschlafen hilft. Who knows? Ich find das immer auf YouTube einfach schöner als auf Twitch. Es ist, es ist halt so. Ich guck auf Twitch keine Worts nach, es sei denn, es muss sein. Von daher, YouTube ist darum einiges simpler. Merkt sich, wo du aufgehört hast. Hat einen besseren Dunkelmodus. Generell, formatmäßig sieht's schöner aus. Es ist halt einfach, ne? Ihr versteht, was ich mag. In dem Sinne, das war's auch schon. Ich wollte eigentlich überwiegend nur über diesen Kanal reden. Was anderes hab ich legit nicht, weil der Rest von meinen Projekten ist gerade in Arbeit. Und, äh, sonst hab ich leider nicht viel mehr zu erzählen. In dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und Verständnis, dass mein Content so lange braucht und ich, äh, ein langsames Stück Scheiße bin. In dem Sinne. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und bis dahin. So, Leute. Buh-Hah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020